Es war einmal der zweite Teil. Wir sind immer noch in Bayern auf dem Campingplatz, doch jetzt sind Schwager, Schwägerinnen und Neffe dazugestoßen. Wer schon ein paar Videos von mir gesehen hat, weiß, dass ich manchmal Erinnerungsvideos mache. Ohne große Kommentare von mir, einfach nur Videos und Fotos mit Musik hinterlegt und ein bisschen Text eingeblendet. Die folgenden drei Tage bestehen aus solchen Videos. Als Erinnerung für die gemeinsamen Urlaubstage, die wir in Bayern verbracht haben. Da diese Videos ja eher im privaten Bereich als Erinnerungsvideos gedacht waren, habe ich natürlich den Neffen auch immer ordentlich gefilmt. Für YouTube und die Öffentlichkeit sieht das natürlich schon wieder ein bisschen anders aus. Darum habe ich die Filme stark bearbeitet. Es sind teilweise Balken drauf oder zum Beispiel ein Smiley, der das Gesicht vom jungen Neffen verdeckt. Also wundert euch nicht, dass das Ganze jetzt ein bisschen stark zensiert wirkt. Es ist ja alles nur zum Schutz der minderjährigen Verwandtschaft. Ich danke für euer Verständnis. Und nun geht's auch los. Moin, es ist der 27.09. und wir sind schon den fünften Tag in Bayern. Heute ist das erste Treffen in unserem Urlaub mit Schwager oder auch Utas Bruder, Schwägerin und den Neffen, der in seinem zarten Alter auf Wunsch der Eltern einen kleinen Identitätsschutz von mir bekommen hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da hat jemand mitgedacht, das ist praktisch, wenn man schon ins Stolpern kommt, damit man nicht nach unten fällt, Stachel da, da bleibt man wenigstens hängen. Ich sag dann mal, gute Nacht. Doch ich weiß, es wird schon gehen, solange die Welt sich weiter dreht, denn wir sind frei und können alles sein. Ja, ich weiß, nicht mehr lang, dann fängt das Beste gerade erst an, denn wir sind frei und können alles sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Plötzlich besuchte uns noch kurzzeitig ein brauner Labrador, nicht zu verwechseln mit Samson als Flatcoded Retriever. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich sag dann mal, gute Nacht. Guten Morgen, es ist der 29.09. und das ist der dritte Tag mit Schwager, Schwägerin und Neffe. Also ich weiß ja nicht, ob ihr das machen solltet. Bist du denn sicher auf den Dinger, dann wirst du schon ohne, ne? Er fällt ja gleich durch, lass mal. Er macht das schon ganz gut. Ja, trotzdem. Klasse. 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 Also Lukas hat sich geschickt angestellt, das muss ich auch mal sagen. Ja. Ja. Während ich noch in Deutschland bin, ist Uta da drüben, in Österreich, ein Pilz am Fotografieren. Und Jack hat ihn gleich markiert, der von der Art. Das freut doch jeden, der Pilze sammelt. Das freut doch jeden, der Pilze sammelt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Familie 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 Danke fürs Gucken, im nächsten Video geht's zur Zugspitze, bis dann, tschüss.